Mit den Camping Gas Grills bieten wir ein breites Spektrum an Grills. Für jeden ist etwas dabei. Für den Einsteiger, für den ambitionierten Griller oder auch für den Profi. Selbst bei den kleinen Grills der Zweierserie bieten wir verschiedene Möglichkeiten des Grillens an. Zum einen gibt es verschiedene Brennersysteme. Ein klassischer Standardbrenner oder eben das RBS Brennersystem aus Keramik mit Infrarotstrahlung. Darüber hinaus lassen sich auch die Kochoberflächen oder Grilloberflächen variieren. Es gibt die klassischen Grillroste aus Stahl, Emailliert oder Gusseiserne Grillroste. Darüber hinaus gibt es Grills, die ausgestattet sind mit den Kontaktgrillplatten oder sogar dem Culinary Modular System. Die Grills der Dreierserie zeichnen sich dadurch aus, dass sie drei Edelstahlbrenner haben. Sie haben darüber hinaus eine Grillfläche von 2800 Quadratzentimetern. Sie eignen sich besonders für ambitionierte Einsteiger oder auch versierte Griller, die Wert darauf legen, Vielfalt beim Grillen zu haben. Die Grillfläche ist entweder mit Emailliertem Stahl ausgestattet oder Gusseiserne Grillrost. Wenn das Gusseiserne Grillrost dabei ist, haben sie auch gleichzeitig schon das Culinary Modular System in der Basis mit dabei. Für mehr Grillspaß können sie die Einsätze austauschen gegen einen Pizzastein, einen Wok, Hähnchenbräter oder sogar eine Paella Pfanne. Darüber hinaus lässt sich auf diesen Grills auch der Drehspieß verwenden. Die Grills der Dreierserie gibt es nicht nur in der Version mit Akazienholz, sondern auch als klassische Grills mit Stahlwagen. Das InstaClean System in der Dreierserie ermöglicht eine einfache Reinigung des Grills. Einfach die Teile per Hand rausnehmen und in der Spüle oder sogar in der Spülmaschine reinigen. Dadurch wird die Reinigung zum Kinderspül. Die Grills sind so konstruiert, dass wir auf einer sehr großen Fläche auch eine sehr große Hitze erzielen. Über 90% der Grillfläche wird über 250 Grad Celsius heiß. Das ist die Temperatur, die benötigt wird beim direkten Grillen. Die Viererserie unserer Grills hat vier Edelstahlbrenner und sie hat eine Grillfläche von 3500 Quadratzentimetern, also richtig viel Platz zum Grillen. Die Aufteilung ist 50-50. 50% des Grills ist mit Grillrost ausgestattet und 50% mit einer Kontaktgrillplatte. Dadurch ergeben sich vielfältige Möglichkeiten des Grillens. Einige der Grills aus unserer Viererserie sind bereits mit dem Culinary Modular Basissystem ausgestattet. Für mehr Grillspaß lassen sich hier verschiedene Einsätze zum Grillen verwenden, sei es Wok, Pizzastein oder Paella Pfanne. Darüber hinaus lässt sich auch hier der Drehspieß integrieren, um zum Beispiel einen schönen Braten oder ein Hühnchen zu machen. Diesen Grill gibt es neben der Stahlvariante, wie er hier steht, natürlich auch in unserer Variante mit Akazienholz. Die Modelle der Viererserie verfügen alle über das Campinggas Instaclean-System zur einfachen Reinigung. Einige der Grills sind ausgestattet mit Seitenkochern, die zusätzliche Möglichkeiten des Kochens bieten. Bei allen unseren Grills lassen sich die Brenner einzeln zünden und stufenlos regulieren.